Auf zur Mono-Reihe-Station, lalala Auf zur Mono-Reihe-Station, lalala Auf zur Mono-Reihe-Station, auf zur Mono-Reihe-Station, auf zur Mono-Reihe-Station Auf zur Mono-Reihe-Station, da kommt mir schon gleich ein Gegner, lalala So, jetzt aber wieder Oh, oh, komm doch Komm doch her, ey Endlich, Shop Ja, ist gut, ich seh, ich kenn, ich weiß, wie ein Shop funktioniert, lass mich so drüber Äh, Shop, äh, bla Aber erstmal geh ich mal hier gucken Hier ist bestimmt irgendwie was Geiles Zum Beispiel ein Mülleimer, haaa Zerstören, hier liegt Kaffee rum, aaa Zerstören Bisschen Hardstyle-Dancen, ja, aaa Ah, seht mich an Jumpstyle, ich tanze Jumpstyle, aaa Dabei macht er komische Geräusche Äh, Gegenstände kaufen, verkaufen und lagern, jawollo Hallöchen Lass mal grad da, Strahlenkanone, äh Impulsgewehr, Anzug Level 2 Aber es hat Inventarschloss und Panzerung, ah, wunderbar, dann nehm ich doch Hab ich endlich nicht mehr so viele Inventar-Probleme Komm, jetzt stell dich rein und hol dir einen schnieken Anzug, mein junger Herr Brauchst noch was Neues, ein Smoking am Besten Ohhhh, wei wei Und was singst du für uns? Ich singe von, blalala, bla 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 Dann geh doch in unsere Zauberkugel Wie war das nochmal? War das ne Zauberkugel? War das ne Wunderkugel? Ich hab keine Ahnung In die Playback Show auf jeden Fall, hahaha Plasma-Energie, Stasi-Pack, Luftkanister, Plasma, Impulsgewehr Anzug Level 2, Energieknoten, oh yeah Auf jeden Fall Inventar, äh, das kann erstmal in Save, das kann in Save, das kann in Save Stasi-Pack brauchen wir auch erstmal nicht Den Rest lass ich erstmal so Im Save sind genug Sachen im Shop, äh, ja Dann geh ich mal zurück Hol mir das kleine Medipack Lalalalalalalala Und zurück Lalalalalala Lala und zurück So, nein ich will das nicht Lalalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Wie viel Wetterplatz hab ich denn jetzt, ey? Och, schonmal ein klein bisschen mehr auf jeden Fall Na, endlich ist der angekommen, ey Hat der auch gar nicht lang genug gedauert Ja, okay, bei dem anderen die Sachen, ähm, muss ich sagen, hab ich jetzt keine Lust zurückzulaufen Die dann auch umlagen, diese zwei kleinen Medipacks oder so Weil dann müsste ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen und bla 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 und sowieso und schnubeldei und Hab ich keine Lust einfach Müsst ihr akzeptieren, ooooh, das mach ich ja wieder, ooooh, ooooh, tanzen, ooooh, komm, ich tanze Jump Style, ooooh, ooooh, na komm schon Eine Seefahrt, die ist lustig Auf der Reeperbahn nachts um 1 oder 2 Da wär ich Bank, aber ich hab da ja kind Oder? Hab ich nicht Nee, hab ich nicht Halt mich, schwind mich Geht darin Und schau mich um und hier ist nix Ich möchte reisen Kapitel 1 Oh, abgeschlossen Hoppala Schluck auf Natürlich speichern Was denkst du denn? Annehmen Eigentlich hab ich ja früher gespielt, äh, mit, äh, so einer Art Internet, äh, Komplettlösung, die mir geholfen hat Ich versuch jetzt mal einfach komplett blind drauf loszugehen Ohne mir Tipps abzuholen Wird auf jeden Fall interessanter Ja Ihr seid ja nicht mal kacke bei irgendeinem Boss Dann... Mach ich's lieber Oh Alles in Ordnung, McCoy Er ist hier Du brauchst keine Angst zu haben Ähm Ich wusste, du würdest kommen Was? Wie du's gesagt hast Ich... Ich habe das hier für dich aufbewahrt Kann ich jetzt... Gehen... Oh Und du bist tot Da streichelt dir erstmal diese Fleischbrocken hier rum Uhhh, Maden Du bist ja ekelhaft Hoppala Hoppala Warum fällt denn dir das Bein ab? Du bist ja komisch drauf Uhhh 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 Tanzwut Ich hab Tanzwut Alter Schwede Das ist ja mal... Wow Reul dich Leichensäcke Uhhh, Tanzwut Komm, tanzt mit mir Uhhh Oh, Medipack Klein Mir hirkt der Kopf schon wieder Lalalala Und schaff wieder einen schaff Jaaa Aus dem Weg, ihr Leichensäcke Uhhh 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 Redipack klein erstmal in den Safe 1, 2, 3, 4 sollten reichen Plasmaenergie auch äh Eigentlich genug Joaaa Impulsgewehr, soll ich mir das kaufen? Mit hoher Feuerrate Ich könnte natürlich auch eine Strahlenkanone Ah, die hätte ich sowieso nie benutzt Nie Die fand ich so schlecht die Waffe Impulsgewehr hab ich eigentlich am zweitmeisten benutzt Und da ich sonst nicht wüsste wohin mit meinem Schund Gut, Energieknoten, bla bla Kau ich mir einfach mal ein Impulsgewehr, äh Weil man weiß ja nie Lalalalalalalala Uhhh 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 Kratzengo Ratapengo Entschuldigung 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 Ahhhh Flammenwerfer Oh, der ist nice Download im Shop Oho Flammenwerfer Download Evacuate this area immediately Oh, mein Amor Wow Wow Sind sie noch da? Wir wurden angegriffen Kendra ist tot Gerade war sie noch hier und an Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren hab Wir können das noch schaffen Bringen sie mir die Codes von der Rig des Captains Und dann suchen wir Nicole Okay Die Crew hat die Tür zum Erste Hilfe Flügel verbarrikadiert Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen Besorgen sie sich damit in der Medikamentenausgabe Und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zeitlos Oh, Jungs, ey Aufgabe inaktiv Lalalala Erstmal Credit sammeln Den Schrank hier aufmachen, da ist bestimmt was Leckeres drin Nur nur Geld Aber wie blutig das hier alles ist Ich frag mich schon, wie kommen die Fliegen hierher Ins Weltraum, Dingeling Auf einem Raumschiff fliegen, das ist ja seltsam, hahaha An jeder Ecke gibt's auch Shops, hab ich gemerkt Naja, ich speicher erstmal Leute Mach hier einen kurzen Cut Und dann sehen wir mal weiter Ob ich gleich weiterspiele Oder ob ich erstmal hochlade Wir werden's sehen, hahaha Also dann bis gleich nachher irgendwann Tschüüüüüss Untertitelung des ZDF, 2020